servus leute und willkommen zum neuen video ich möchte euch heute mal was zeigen was ich für meine kamera als weiteres zubehör gekauft habe und zwar sind es kleine wasserwagen für kameras oder camcorders und zwar für diejenigen geräte die sozusagen den blitzschuh auch haben denn das wird einfach nur in den schuh reingesteckt fertig aus und es hält das ganze thema wie gesagt kommt im neuner pack wie ihr schon seht davon brauche erstmal nur zwei stück gegebenenfalls einen dritten gebe ich auch ab für meinen bruder aber die anderen sechs die ich dann noch habe sind natürlich guter ersatz beziehungsweise einfach nur auch zur sicherheit falls mal einer kaputt gehen sollte das ganze thema wird ganz einfach gemacht halterung für den blitzschuh raus für den bisherigen das andere reinstecken und das war schon schon ist es drin man sieht jetzt zum beispiel hier dass es nicht gerade ist der tisch der ist leider ja der ist krumm der ist ein bisschen zur seite zur rechten seite runter wenn ich jetzt aber gerade machen würde was jetzt sozusagen auch ist was auch dann wäre dann wäre es genau im rahmen und genau in der mitte von dem von der wasserware wenn ich das jetzt euch mal zeige zum beispiel mit einem stativ was ich jetzt habe so ein kleines handstativ da kann man es dann auch ganz gut noch mal zeigen fest raus 12 hier ist zum beispiel mal komplett unten so ist es jetzt einigermaßen gerade wenn ich jetzt zum beispiel so ja das ist leider auch der tisch natürlich so wäre es natürlich richtig geraten es ist die minimale das minimale was ich so ein bisschen hoch gehen muss so sieht es dann aus genau also es ist auf jeden fall eine sehr einfache sache es ist auf jeden fall besser als wenn ich sozusagen ein großes stativ mitnehmen würde und dementsprechend ja ist es für mich auch wirklich sehr schön sehr gut geeignet ansonsten wie gesagt wenn ihr noch fragen solltet zu dem ganzen meldet euch einfach bei mir in den kommentaren und ich würde mich dann kurzfristig bei euch zurückmelden ich danke euch und bis zum nächsten mal servus so 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 Untertitelung des ZDF, 2020